Aktuelle Meinung zu Mika-Verordnung. Habe ich schon was auf den Hauptkanal gebracht, kann ich gerne nochmal zusammenfassen. Für mich Mika grundsätzlich super. Es ist jetzt gestartet, mit großer Mehrheit auch durch den Senat gewunken worden. Es gab auch natürlich Stimmen, die sind da nicht so positiv. Hier geht es vor allem auch um den Schutz der Privatsphäre. Das ist ja ein großes Problem. Die Blockchain selber, gerade jetzt die Bitcoin-Blockchain, ist ja pseudo-anonym. Die ist nicht anonym. Das heißt, sobald man eure Adresse kennt, kennt man all eure Spuren. Man kann alles genau nachvollziehen. Das ist Vorteil und Nachteil zugleich. Die Regulierer und auch die Gesetzgeber haben immer mehr verstanden, dass es zu dem, deren Vorteil auch sein kann, gerade bei öffentlichen Blockchains eben diese Transparenz zu nutzen. Mika hat da ja ein paar Einschränkungen, was auch Wallets angeht und die Transfers. Hier geht es vor allem auch um Geldwäscherichtlinien, die eingehalten werden sollen. Wenig überraschend, dass das auch auf Blockchain und Krypto umgemünzt wird. Ist schließlich auch im normalen Geldfluss so. Wird mit CBDCs noch strenger werden. Es gibt negative Punkte, es gibt aber auch viele, viele positive. Nämlich das Allerwichtigste, es gibt Klarheit mit diesem Framework. Ja, die kann noch ausgebaut werden und ja, wir wissen immer noch nicht alles. Aber wir wissen schon sehr viel mehr zum Beispiel als die US-Amerikaner, die gerade wild und verrückt in Form der SEC auf den Kryptomarkt einhauen, regulieren und damit eigentlich die gesamte Krypto-Industrie aus dem Land jagen und meiner Meinung nach damit auch eine große Innovation verpassen. Sei es in Form von Bitcoin, aber auch von Krypto allgemein, dem ganzen Thema Web3. Und da öffnet man sich in Europa. Verwunderlich, denn eigentlich sind digitalmäßig natürlich die US-Amerikaner weit vorne mit ihren großen Tech-Unternehmen. Und die machen auch entsprechend jetzt Druck. Es gibt zum Beispiel auch von Coinbase jetzt eine Klage gegen die SEC, dass es klare Richtlinien geben soll. Also Ende der Geschichte und Summe der Geschichte. Ich finde gut, dass es Mika gibt. Wir haben Klarheit, wir haben Sicherheit. Und Sicherheit und Klarheit ist genau das, was dieser Markt braucht. Vor allem dann, wenn hier noch neue Investoren auf den Markt kommen sollen, neue Nachfrage generiert werden soll, weil die kommt nicht von allein. Und die braucht diese klare Sicherheit und Regulierung.